Ja was? Ja was Frau und Kerr? Hast du das gehört? Was? Was sie gesagt hat? Ja, lass reden wir was und das stimmt! Na sicher stimmt, was auch was sie gesagt hat! Ernst Fräulein, ihr Sohn, ist auch gefrost als so eine Schand. Und hab ich letzte Woche gesehen, da unten im Hof mit der Zigaretten in der Hand. Ernst, ich weiß ja, was ich gesehen hab und gesoffen, oder? Und erst, wenn er macht, dann sehe ich da kein Licht mehr, weil dann hockt er bald den Starr. Und dort wird er da mit seinem Gott in der Dusche aus der Gata. Und erst, wenn er macht, dann sehe ich da kein Licht mehr, weil dann hockt er bald den Starr. Ja! Ernst Fräulein, ihr Sohn, ist auch gefrost, wenn er seil wirklich wohl. Jetzt hat er noch dazu seinen Führerschein, ihr glaubt mir das, der ist ja auch gefrost. Ja, lass ich runter, da die Gassen mit 220. Dann geh'n's rauf, übertreib' doch net und überhaupt, ich weiß ja, was ich weiß. Ernst Fräulein, ihr Sohn, ist ein Gesindel und ein Giftleimpfperson. Er war ja das letzte Mal gut drauf und er hat geracht, hern's in der Sonja, der nimmt Drogen. Schatz, der Spritz ja ist haschisch und der Flücht ist Heroin. Der raucht Ekstasy und Schwamm als Schlüffeldu und er trinkt der Kokain. Na, der Buhr ist nix wert, bei dem Buhr rennen da rum, wo's verkehrt. Ernst Fräulein, ihr Sohn, ist auch gefrost, hern's, ich darf mich schienieren. Der sollt'n Sie ein Beispiel nehmen und mein Buhr mit der dort her maturieren. Ja, mein Buhr, der ist der Beste, mein Buhr ist intelligent. Mein Buhr, der weiße Wester, ja, mein Buhrle wird mein Bundespräsident. Jo, mein Buhr ist heut wer, wer mein Buhr ist von Natur, ja, schon mehr. Habt schon gehört, fra den hinigen Maul, was ich gefunden hab im Wald. Erst das so ein fesches Mal und noch so jung, na, die war ich noch nicht alt. Nach dem Maturaball ist g'schein, da hat der Bursche aufs See gewahrt. Präsident, wollt er werden, was ist jetzt? Ja, jetzt hockt er wegen Mord. Und die Mutter vor den Händen, ja, so eine nette Frau. Er hat die Nachricht nicht wirklich der Zeit und sie beim Fenster oben gekaut. Das ist die Nachricht nicht wirklich der Zeit. Ausatmen müssen die Johnson und die Stadt, ja, so ein Händen, ja, so ein Pferd. Vielen Dank.